Hallo und herzlich willkommen meine Freunde, herzlich zurück zu Golf mit deinen Freunden, mit WOLO, huuuh. Oh, 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 fast. Nicht so feste. Krass, stark. Ja, ein starkes Paar, und du? Ja, ein Paar. Scheiße. Was denn scheiße? Immer noch nicht so wie am Anfang. Dann ist hier Golfen auf hohem Niveau, ne? So kennt man uns. Boah, ich dachte hier gerade, hier ist gerade voll der Durchzucht, ne? Ja. Es ist kein Megawind, und jemand hat hier den Ventilator gemacht, oder so. Okay. So krass windig. Boah, das ist windig. Ach, also, also war wirklich Durchzucht, oder wie? Ja, ja, hier ist gerade mega Durchzucht. Ach so. Keine Ahnung, aber dann sagt das so. Ja, hab ich doch. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Bei mir ist es nicht so windig. Oh, das soll ja dieses Wochenende so mega warm werden. Ist dir das eigentlich bewusst? Wirklich? Ja, 27 Grad werden es bei mir morgen. 27 Grad? 27 Grad, ja. Ja. Okay, das ist krass. Also das Ding ist, meine, äh, A-L-E-Xer, ne? A-L, ach so. Ich frage, was? Ich glaube, der hat es mir nicht gehört. Ähm, ja, ja, ich wollte jetzt den Namen nicht sagen. Ähm, die alte, die weiß nicht, dass ich umgezogen bin. Die weiß das nicht? Ne, immer wenn ich dann sage... Die da nichts mit, ne? Die da nichts mit, ne? Ne, dann sage ich immer wettern, dann sagt die mal in Gelsenkirchen. Wau mal da. Dann denke ich mir immer so, wir sind umgezogen, aber ich weiß nicht, wie ich ihr das beibringen kann. Die checkt das nicht. Ich weiß nicht genau. Oh mein Gott. Alexa, richte GPS neu aus. Das habe ich, sowas habe ich probiert. Ich habe so gesagt, aktueller Standort. Das weiß ich nicht. Ja, gut. Dann merke ich, dass du das nicht weißt. Ja. Ja, da kann ich dir nicht helfen. Ich besitze keine A-L-E-Xer. Das ist so das Ding. Aber ich habe Hey Google eingerichtet. Als ob. Hab ich. Der Boomer, Alter. Hab ich gemalt, weil ich teste mal. Gucken, ob es immer noch geht. Oh, ich entsperre mein Handy erst mal. Ich glaube, das muss ich. Hey Google. Zeige den nächsten Burger King. Ich sehe nichts. Ich glaube, ich muss den Knopf drücken, oder? Ich weiß es bis heute nicht. Auf jeden Fall wurde mir kein Burger King gezeigt. Ich bin enttäuscht. Du musst entsperren und dann musst du... Hey Google. Ist Wollo dumm? Hier sind einige Ergebnisse aus dem Web. Ja. Du bist du und? Ja. Du bist du. Du musst halt auf deine Startseite, da wo er dein Google ist. Und dann musst du einfach mit dem Reden. Hey, mach ich jetzt nochmal. Du hast ja dann auf deinem... Hey Google. Hey Google. Hey Google. Hey Google. Hey Google. Hey Google. Oh, da ist was. Da hat es gerade gelöst. Ja. Ah ja. Ah ja. Da kam was. Krass. Krass. Noch fünf, liebe Freunde. Hä? Das hat irgendwie nicht so funktioniert, wie ich das wollte. Soll ich da rüber? Ja. Ja shitty. Nice try, oder? Das war aber nicht so doof. Oh, ich liege scheiße. Ja, das war halt auch mein... Mein Bruder, deswegen hab ich mir auch gedacht, ich mach's so. Alter. Huh? Ja. Scheiße. Ich... 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 Aber meine Mitmenschen, das könnte schon passieren Da habe ich nicht, dass niemand folgen. Dass du würdest? Also... Wenn es aber Fahrt kommt, würde ich nicht mal unter Glasses abgeben. Nö... Yes. Was ich nicht mit fühlt? Ich denke nicht, ne. Ich glaube ich wäre mitfühlen... Hm. keine ahnung mit mir so auch niemand mit fühlen wenn es sich ich bin auch immer nur der dowian vorne der dowian ja so fühle ich mich immer ist das der grund warum du so viel ist ja und ich so fühlst weil ich immer alle der dowian bist wo bist du schon da hätten er kann ich einfach leider ein dumm schlag schlecht schlecht nicht für nur mit einem schlag scheiße okay bis hier noch nicht weiter das kann ich nicht machen wer doch immer vor es gibt wirklich geister ja eigentlich auch gar gibt es ja auch wirklich weiß ich nicht meinst du ich bin auch da wo ich angefangen habe mit den schlechter sogar ja also ich will nicht sagen dass ich ein geister glaube aber ich hoffe dass sie nicht gibt aber ich hoffe aber nur dass die nicht gibt und ich glaube ich glaube dass sie gibt alter wollo spiel mit ein bisschen gefühl da war nichts dran dass wir glaube ich gleich viele schläge haben aber das ist gut wenn ich nicht erwartet also du glaubst nicht an eine geister keine ahnung ist das nicht nach heutigen standards unwissenschaftlich und jemand der an geister glaubt ist also das ist nicht eigentlich lächerlich also würdest du sagen jemand der ein geister glaubt ist ein verschwörungstheoretiker ja schon oder so ich glaube schon daran dass es eine geister verschwörung gibt ja du ist auch du lässt sich auch verarschen von der leute von den creepypasta machen ja tatsächlich also keine ahnung das ist ja so das ist halt ja was das man übernatürlich ist also ich würde es voll feiern wenn es geister geben würde das willst du was willst du denn daran feiern keine ahnung stell mal vor jetzt ist einfach so ein homie der geist ist jetzt so er wäre ja nicht ein homie aber das weißt du ja gar nicht nein das weiß ich ja woher aber einige hast du die ghostbusters gesehen nein habe ich ja siehst du ja es war gesehen der war nett ja hast du auch die onkel von casper gesehen ja die hatten die waren halt mit verstanden jetzt hast du mich nass gemacht also ne 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 geister ne ne möchte ich bin ich wenn es wenn 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 der geist lieferando fahrer werden könnte man drüber reden ob man kumpel wird aber so trau ich mich da eher nicht dran und das war jetzt sehr sehr gut für mich aber das heißt ja in diesem spiel nichts das problem nutzt seine freie kamera auch immer öfter ich gucke mir die maps manchmal an vorher halt dass wir keine alte dumme idee naja die musik ja noch nicht schön so spooky war nicht mal mein plan hat ja was passiert hier darf man an geister glauben wie darf man das ja klar darf es gibt doch sogar die katholische jetzt wieso ein bisschen gläubig wenn man nicht nein du glaubst doch auch an dinosaurier oder und ich muss ja auch irgendwo herkommen liebe gott gemacht aber wie sagt der liebe gott die dinosaurier gemacht wieso hat die liebe gott dich gemacht das ist eine wichtigere frage weil das massiger ich würde dann die nur noch mehr du entwickelst dich wieder dahin zu dem dinosaurier vielleicht ist das einfach so der weg zurück die mir gerade habe hier richtig probleme die sachen einzuschätzen sehr crazy zeit ist vorbei wenn mercy kill oder eine strafe von zwei schlägen beendet ja okay schade man das ist super schwierig die map ich dachte dass wir die einfache nicht einfachere ich sagte wie es ist korn die erste mal war bisher die beste ja das war die erste welt ist immer die beste das stimmt man wofür sind denn diese dinge ich dachte ich soll da reinfallen krass man muss ja einfach durch ballern ja sondern wirklich das finde ich immer doof wenn man einfach nur durch ballern soll es muss halt so gemacht sein dass man ja wenn man mal durch ball hat irgendwas anderes erreicht oder so bin das persönlich nicht gut kann man selber so ein kurs design hier einmal das ich glaube schon also ja wenn wir hier oder bei gold bin ich weiß nicht genau aber es kann durchaus möglich sein man ich muss aufholen ich bin in den wollen wollen wenn man jeden jeden kurs mit einem holland band kann man clever spielt so ein kurs können wir mal machen wenn er ist also diesen kurs hier also den kann ich ja gar nicht wollen machen nicht mal wenn ich wollen würde wahrscheinlich nicht scheiße ich finde auch man kann die die stärken überhaupt nicht abschätzen nie zu keinem zeitpunkt auch so na geraden kann ich das schon aus der stadt ja ganz genau das war ich habe noch viel dollar gehauen und jetzt hattest du schon frühstück heute nee auch nicht deswegen bin ich ja so unentspannt ja ich bin auch unentspannt ein ganzes leben so entspannt ich habe aber auch nicht geschlafen ist einfach alles scheiße wollen ja wir kommen bei der welt das ist immer bei mir wo muss man hier hin ach da war aber mutig von dir vielleicht hat ich versuche es einfach mal manchmal mit blut mut belohnt aber nie dann wenn ich mutig bin das ist ja voll gemein auch kommen blödsinn jetzt da ist das ist doch hier wie sagt man random jetzt wieder wieder ich komme nicht durch du kommst du nicht ruhig also durch komme ich fall danach immer wieder raus also ja ich komme auch durch aber ich komme nicht so durch dass ich hinten da ich denke ich würde das spiel umtauschen müssen aufs team das loch funktioniert nicht ja immer so ne wo man kann glaube ich auch einen anderen weg gehen wie einen anderen weg die so aus wenn es einen anderen weg gibt ne das zählt aber ist egal ich hab's wie du hast es ich hab acht schläge gebraucht muss einfach nur nicht voll durchziehen so drei plus ein ganz bisschen und alles du denn immer bei mir ist er immer so im richtigen feld gelandet aber das ist ja hochgeflogen ich habe gestern ich habe gestern mein nackenmassagegerät also mein nackenmassagegerät gott einem rücken da wo ich es gemacht habe merke ich richtig richtig muss gekadert sport ne das ist halt wenn die muskeln da dann aufgelockert werden tut es nicht manchmal weh aber dann weißt du auch dass ich weiß dass geholfen hat aber ich rede mir dann immer ein dass ich dann weiß dass es geholfen hat ich bin so schlecht auf dieser web so ging es mir auf der letzten map vorne das war auch wirklich richtig ätzend keine ahnung ich habe kein nackenmassagegerät deswegen kann ich da nicht mitreden ohne nackenmassagegerät könnte ich gar nicht mehr leben glaube ich das so gut ja ich brauche das halt ich aber ständig rücken oder nackenschmerzen deswegen opa was was machst du da ist jetzt auch einfach nur noch nein ich war halt jetzt wird sie fast 67 zu 28 jetzt zieht ich diesmal noch krasser ab als du mich beim letzten mal jetzt kommt er so alter du bist so ein weißt du ist so ein schrecklicher mensch wenn ihr das wüsste ich bin der beste mensch der ich verstehe immer gar nicht wie irgendjemand sagen kann dass ich auch nur ein kleines schlechtes in mir gerade wollte er nicht spielen weil er letztes mal verloren hat hat er drum geheult und jetzt wo er gewinnt ist einfach die ekligkeit in person hier macht es nah leider ja loser ich verstehe einfach nicht wie ihr irgendwas schlechtes in mir sehen kann ich ich sehe es nicht abgezogen an dem loch das ist es sein das ist es nur als baby da wollen oder das wollte ich auch gerade über dich sagen wo ist denn das wo ist denn das loch weiß es nicht ich weiß es nicht ich weiß es nicht ich weiß es nicht fach da kann ich ran eine ganz groben schritten eventuell nee alter hat ist das denn hier für ein weg what the fuck wie soll man da hinkommen also müssen ich spiele hier golf ist dieser ganz woanders lang ja ich muss ja risiko machen scheiße risiko das will ich gerne mal wieder ich habe hier gestern im stil zugeguckt ein bisschen belastend aber eine schreckliche runde risiko gestern im stream ja ich würde auch immer gerne mal wieder gerne spielen da hat schon bock drauf ich habe die alte band noch mal zusammen trommeln können also das ist immer schwierig ne risiko 8 also gebraucht habe ich gebraucht ja ein bisschen an einer stellung ja das comeback leider zu spät hast du noch gar nicht ja du müsstest halt mal so ein 14 am maken ich spielte er gerade langsam und sicher es ist gerade so meins okay ich bin out of bounds komplett ich spiel lieber langsam und langweilig ja langweilig und dafür gewinne ich ja gewinn doch ganz jedoch ja ich komme nicht mehr entziehe ich kann man so lacken hat das gesehen ja habe ich gesehen player player easy du kannst halt noch gewinnen tatsächlich wenn ich jetzt 14 mache und du nur 3 ich glaube das kann man nicht in 3 machen aber es ist 5 und wenn man das in 3 macht dann wirst du das niemals in 14 machen ja ne hier gehen glaube ich 3 nicht oh mein gott oh mein gott oh mein gott ja schiebung das das ja gut was soll man da um ich komme da nicht rum ich komme da nicht rum das wird 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 das jetzt sehen ja ich bin hier gerade über die bande ganz ganz blöd rüber gegangen ich habe mir jetzt schon keinen bock auf dieses loch alter das loch nervt mich jetzt schon ja es sind auch dinge die kann nur ein vergebener mann sagen der weiß nicht wie es ist auch die qual es ist keine qual ich habe nein 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 oh nein oh mein gott alter wie kann man so an lucky sein das weiß ich nicht acht schläge und du sieben habe ich gereicht worden schade ja das macht mich betroffen Leute da hat der Wollo gewonnen ist halt ein guter Golfer ne der ist wohl wahr ne sonst ein schlechter Mensch aber immerhin ein guter Golfer ich sehe mich nicht als schlechten Menschen ich bleib dabei Geist hoch Untertitelung des ZDF, 2020